Was sind Konjugationen und wofür braucht man sie? Google und Wikipedia geben uns etwa folgende Antwort. Als Konjugation bezeichnet man die Formbildung eines Verbs. Okay, also es hat was damit zu tun, Verbformen zu bilden. Und das macht man nicht nur im Lateinischen. Auch im Deutschen konjugiert man Verben. Als Beispiel das Verb machen. Das lautet dann ich mache, du machst, er, sie, es macht, wir machen, ihr macht, sie machen. Das heißt, wir beugen oder verändern die Verbformen so, dass klar wird, wer, wann und wie etwas tut. Im Lateinischen geht es ähnlich. Lateinische Verben werden in Konjugationen oder Konjugationsklassen unterteilt. Das könnt ihr euch vorstellen wie ein Muster oder ein Schema, ein Bauplan oder eine Verbfamilie, die uns sagt, wie wir das jeweilige Verb abzuändern haben. Das heißt, nochmal das Beispiel im Deutschen, damit wir wissen, es heißt nicht, ich macht, du machen, er, sie, es macht, sondern richtig, ich mache, du machst, er, sie, es macht. Wir unterscheiden im Lateinischen zwischen fünf Konjugationen. Es gibt die A-Konjugation, die E-Konjugation, die I-Konjugation, die konsonantische Konjugation, die gemischte oder auch manchmal kurz-i- oder kurz-vokalische Konjugation genannt. Zur Formbildung oder Formbestimmung in den jeweiligen Konjugationen unterscheidet man auch nach Person, also erste, zweite oder dritte Person, nach Numerus, also Singular oder Plural, nach Modus, Indikativ, Imperativ oder Konjunktiv, wenn ihr den schon hattet, nach Tempus, also Präsenz, Imperfekt, Perfekt, Pluskomperfekt, Futur 1 und Futur 2 und nach Genusverbi, also ob es aktiv oder passiv ist. Also schön und gut sagt ihr jetzt vielleicht, aber wie erkenne ich, welches Verb welche Konjugation hat. Muss ich das bei jedem Einzelnen jetzt auswendig lernen? Nein, natürlich nicht. Das erkennt man eigentlich relativ einfach. Wir müssen uns in den meisten Fällen den Infinitiv anschauen, denn daher beziehen die Konjugationen auch ihre Namen. Ich präsentiere euch mal drei Verben. Laudare, Monere und Audire. Vielleicht könnt ihr auch schon erraten, was zu welcher Konjugation gehört. Hier ist es nämlich relativ simpel. Wir schauen uns an, welcher Vokal jeweils vor der Infinitivendung RE steht. Also welcher Vokal vor dem RE. Bei Laudare ist es das A. Demnach ist es A-Konjugation. Der Stamm von Monere endet mit E, daher E-Konjugation und der von Audire mit I, daher E-Konjugation. Das sollte, denke ich, einleuchten. Wie sieht es aber bei den folgenden drei Verben aus? Hier ist nicht auf den ersten Blick erkennbar, dass wir hier sogar drei verschiedenen Konjugationen vorliegen haben und nicht nur E-Konjugationen, wie man vielleicht denken könnte. Die Aussprache, die wir im besten Fall beim Vokabel Pauken mitlernen, gibt uns einen ersten Hinweis. Takere, langes E, das ist typisch für E-Konjugation, Agere und Capere hingegen haben beide ein kurzes E. Die Lösung bringt uns einen Blick auf die erste Person Singular Indikativpräsens aktiv. Takere, Takeo, Agere, Ago, Capere, Capio. Takere, also E-Konjugation, Agere, Konsonantische Konjugation und Capere, Gemischte Konjugation. Woher soll man jetzt aber die erste Person Singular Präsens überhaupt kennen? Ihr könnt es euch schon denken vom Vokabel lernen, bei dem man in der Regel zu Beginn immer die erste Singular Präsens mitlernt. Später hat man die erste Singular auch immer als zweite Form bei den Stammformen. Nochmal zusammenfassend, bei A und I-Konjugation können wir direkt am Infinitiv erkennen, was es ist. Das heißt, wenn ein A vor der Infinitivendung steht, dann ist es A-Konjugation. Wenn ein I steht, ist es I-Konjugation. Bei einem E vor dem Infinitivkennzeichen benötigen wir die erste Person Singular Indikativpräsens aktiv. Endet diese nämlich auf EO, dann ist es E-Konjugation. Endet sie nur auf O, dann ist es Konsonantische und endet sie auf IO, dann handelt es sich um die Gemischte Konjugation. Wie die jeweiligen Konjugationen im Einzelnen gebildet werden, zeige ich in gesonderten Videos auf meinem Kanal, um intensiver darauf eingehen zu können. Eine letzte, aber wichtige Sache noch. Einige, Gott sei Dank nur wenige Verben im Lateinischen sind unregelmäßig und lassen sich keiner der eben genannten Konjugationen zuordnen. Dazu gehören esse, sein, posse, können, welle, wollen, ferre, tragen, bringen, ihre, gehen und fieri, werden. Bei diesen Verben und ihren Compositor, also ihren Zusammensetzungen wie ad esse oder conferre, müsst ihr wohl oder übel alle Formen auswendig pauken. Da sie sehr häufig vorkommen, kann ich euch das nur empfehlen. Ihr werdet ihr euer ganzes Leben oder sagen wir mal zumindest bis zum Latinum oft brauchen. Danke euch fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat, lasst Abo und Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal.